Naja, es würde reichen, wenn ich dran kommen würde. Shagai wird sich das auf keinen Fall nehmen lassen. Wieso? Er hat... Goldpilze ohne Ende. Wie du siehst. Jo, ich hab hier alles, ne? Absolut chancenlos. Hat er einen Partner? Außer er würfelt. Ja, er hat eh... Minimal, wenn er... ne. Ne, 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 ne. Ja. Super. Das ist nicht so geil. Und Koopa hat ja noch die Boxkarte noch. Ja, Koopa ist mir jetzt egal. Du bist mir ein Dorn im Auto. Komm ich jetzt da hoch? Warum hab ich eigentlich nie Items? Ich lande nie auf diesen Scheißfeldern. Ich seh euch alle immer hunderte Items einsetzen. Ich hab nichts. Weini, weini. Ja, jetzt holt, dass euch nicht fehlt. Ich darf ja auch noch hacken gehen. Ey, wer geht da bitte auf Nein? Ja, eben. Das frage ich mich auch. Also irgendwas muss da ja passieren. Ach so, der hat die Hake verloren. Jetzt bekommst du ja gar keine Münzen. Oh, okay. Also es ist so ein Lackspiel. Ja, es ist ein Spiel, was testet, wie geldgierig es ist. Also du würdest halt jedes Mal null Coins bekommen. Ja, bestimmt. Ja, du. Mann, ich muss von hier jetzt weg. Rosa Würfel, ist mir alles egal. Mach. Na komm, mach. Du sollst den einsetzen. Ja, dann setz ihn halt ein. Komm, jetzt null oder so. Oder minus. Pfff. Dududum. Ja, da ist doch der Laden. Ich darf noch nicht mal graben. Schau dir das mal an. Tja. Das kommt halt alles zurück, ne? Weil du mir den Stern vermasselt hattest. Ach, Kuba gibt's ja auch noch. Den nimmt, den... Ich hoffe halt jetzt, dass da eine goldene Röhre im Shop ist. An das muss ich mich klammern. Was machst du jetzt? Tja, ich hab so meine Pläne. Ah, okay. Back Business. Ja, wir setzen jetzt alles oder nichts. Aha. 14. Ja, geh mal halt. Hey, was ist das? Oh, Münzklauffalle. Ah. Das ist nicht zum alten Mal. Da weiß ich schon, an wen ich das austesten würde. Ja, weil du ehrenlos bist. Nein, das ist einfach verdient. Ich bin immer noch sauer auf dich. Bonbon-Glas-Balance. Senkrecht halten. Bitte? Das werde ich jetzt jedes Mal sagen. Bonbon-Glas-Balance. Oh Gott, nein. Alle Bonbons herausschütteln. Schüttle den Joy-Con wie ein Glas, sodass alle Bonbons herausfallen. Ja, es ist... Es ist ein komisches Spiel. Ja, aber es ist wenigstens schön auf die Nintendo Switch zugeschnitten. Und deswegen finde ich das geil. Start! Ja, wo bin ich denn? Wieso muss ich auch erst mal A drücken? Hallo? Hallo, es geht bei mir auch grad nix. Oh, ich hasse Bewegungssteuer. Das ist der größte Trick. Diese Grünen sind der letzte Scheiß. Ja, nein. Raus mit dir. Nur eins. Boah. Das ist super schwer, aber super geil. Ja, der letzte. Ich find's gut. Wie gesagt, sehr schön. Also die Mini-Spiele find ich bisher gut. Hm? Die Mini-Spiele kannst du nix sagen. Ja, sie sind alle eigentlich grundsätzlich gut. Es gibt aber leider keins, was so richtig krass anspruchsvoll ist. Dessen geschuld ist, dass jeder nur einen Joy-Con hat. Und der hat halt nicht so viele Knöpfe. Das kannst du ja nicht mit einem Gamecube-Controller zum Beispiel vergleichen. Deswegen kam halt jetzt noch nichts krass anspruchsvolles. Aber sie sind unterhaltsam. Das stimmt schon. Und es war auch noch keins so richtig kacke. Eigentlich alle gut bis... Sehr gut. Okay, sehr gut vielleicht nicht. Aber gut. Ja. Warum schon bitte? Biet mir was Gescheites an, da... Ja, würfel halt erst mal. Und einen Partner könnte ich hier brauchen. Krieg ich aber nicht. Oder? Oh, die Röhre tatsächlich. Ja. I need this. Ich weiß schon, bei wem ich dann meine Münze... Ja, das hast du schon mal gesagt. Ich hab auch... Nice. Unfassbar. Ich hab aber keine Ahnung, wie das Timing funktioniert. Ach, man hat... LOL. Unfassbar. Ich dachte, man macht das aber selber. Das macht das Spiel, oder was? Ja, es macht das Spiel. Ich dachte, man muss selber... Nee, nee, nee. Den Zeiger stoppen. Aber ich hab nichts gedrückt. Das macht das Spiel. Das finde ich aber scheiße. Also wenn, dann sollte man da schon... einem selber eine Chance dafür geben. Weil... So steuert das Game ja alles. Wieder die Trottel von Indicube in ihrer Zentrale, das gerade über... Livestream schauen. Weil in jedem Spiel ist halt auch so... ne integrierte Kamera... äh... die sich dann so in den Monitor frisst. Und das Spiel rüber capturent zu denen, dass sie alles sehen können in my live. Mhm. Und dann manipulieren sie die ganzen... die ganzen Spiele. Das drückt mich jetzt übrigens nicht mehr so sehr, weil ich ja auf jeden Fall einen Stern plus habe. Das sind auch nur fünf, oder? Zehn. Naja. Aber wenn ich drei weitere habe, dann hole ich mir meinen fünften Stern. Frist das, du scheißgelber. Äh, grüner Yoshi. Gelber. Ja, es gibt auch gelbe. Es gibt auch gelbe. Naja, jetzt hole ich mir erstmal meinen Stern. Wird sehr eng zwischen uns beiden. Ich investiere gleich mal das Geld. Klasse. Wenigstens bekommst du jetzt auch bald so einen Bob-Omp. Ach stimmt, nein. Es wird dein bester Freund sein. Nein. Ja, weil du da die Richtung geändert hast. Unfreiwillig. Hm. Mhm. Ah nein. Genau da in der Mitte. Ja gut, dann muss ich mal eine Röhre verwenden. Auf normalem Wege komme ich da nicht mehr hin. Aber erstmal gewinnen wir das Spiel. Mal schauen, ob du gewinnst und genug Münzen bekommst. Ja, aber glücklicherweise bekommt man ja auch als dritter und zweiter was. Das wird schon. Ballons der Gegner in Fexen hauen. Pass gut auf, dass dein eigener Ballon nicht Opfer eines Angriffs wird. Okay. Ja. Auch ganz einfach zu kapieren. Dann wollen wir mal. Start. Was? Ende. Ich habe gewonnen. Da waren doch noch 30 Meter zwischen ihm und mir. Ja, du bekommst eh wahrscheinlich genug Geld. Bekomme ich jetzt wenigstens genug Münzen? Ja, oder? Ich komme drei? Drei? Komm, sag drei bitte. Zwei. Nein. Das ist doch zu kotzen. Übrige drei Runden. Es gibt nur noch drei Runden hier in unserer tollen Party. Da sollten wir mal schauen. Yoshi ist überraschend auf eins und Bowser nur auf zwei. Okay. Der Shy Guy, der lange gut mitmischen konnte, ist nun nur noch ein Opfer. Und Kuba war nicht existent. Aber wir können das ja nochmal ändern. Oder? Was meinen denn die Experten? Lothar Matthäus? Ach nein, Lothar ist diesmal nicht da. Dann fragen wir Sildin Sidan. Was meinen sie denn? Kuba ist eigentlich mein Favo. Weil er so glatt rasiert ist. Alles klar. Dem kann ich nur zustimmen. Dann schenken wir ihm mal einen goldenen Pilz. Wir nähern uns dem Spielende. Aber es wird noch krasser. Die ganzen Felder, sie bringen nun sechs Münzen. Oder nehmen euch sechs. Ich mach noch mehr Scheiße, wie gewohnt. Wir sind immer noch nicht auf einem Ultra-Pechfeld gelandet. Ich befürchte, das ist sehr, 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 sehr schrecklich. Da kann man mit Sicherheit Sterne verlieren. Und ich wünschte, dass diesmal irgendjemand drauf landet. Aber nicht ich. Toll. Weil ich einfach mal sehen will, was geschieht. Ja, jetzt holt sich Shy Guy den Stern. No. Ja, aber ist doch gut für dich. Vielleicht kommt er in deine Nähe. Oh, du hast ja nicht genug Geld. Ja, das ist hier gut. Er hat dann auch schon wieder drei. Na, elf. Ja, tatsächlich. Der will einfach nicht aufgeben. Anscheinend nicht. Ich bin aber jetzt gespannt, wo der Stern hingeht. Hoffentlich nach oben, weil ich bin kurz davor. Das wäre so gut, weil du kannst ihn mir ja nicht mal wegnehmen, so. Weil die eine Münze fehlt. Und das wäre der übelste Hit für dich, so. Ja. Komm, bitte to that. Mitte oder ganz nach links. Komm, to- Yes. Oh, wie ist das schön. Ja, sagt aber auch keiner, dass du da hinkommst. Ich habe einen Goldpilz. Und ich bin da oben schon. Wenn ich ihn nicht hole, dann... Ach, dass mir jetzt einfach schon zum zweiten Mal eine Münze fehlt. Das gibt's immer. Und dann komme ich ja noch an Lakitu vorbei. Schauen, was Lakitu schönes bereithält noch. Gib mir einen neuen Partner. Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich klamm es sogar drauf. Ich glaube, ich klamm es sogar drauf. Nein. Ach, mir ist auch nichts vergönnt hier. Du kommst nicht mein Geld, so. Du darfst diese Röhre auf keinen Fall benutzen. Ich würde es verhindern. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, nicht mal so ein blaues Feld, ne. Das hätte alles geregelt. So, was für ein Würfel nehme ich denn? Ich nehme den normalen. Ja, ist okay. Du darfst mitkommen. Ich bin nicht so wie der Böse-Bose. Ich bin nicht so wie der Böse-Bose. Fünfter Stern. Und weißt du, was das Schöne ist, wo ich jetzt gleich noch vorbeikomme? Ja, ich sehe es doch. Ich finde mich doof. Aber es ist so ehrenlos. Du wirst diese Röhre nicht benutzen. Es ist ehrenlos. Ich verbiete es. Vielleicht kommt sie ganz jetzt nach unten, da links unten. Ja, es ist tatsächlich. Oh, okay. Schon ein bisschen weit. Aber ich habe ja auch noch einen Pils. Ja, ich kann halt leider keine Münzen. Also keinen Stern. Also... Ich muss an den Sieg denken. Keine Ehre. Sorry. Die hattest du auch nicht, wo du mir den Stern vergeigt hattest. Kann jetzt nicht mal ein Minigame kommen, wo ich gewinne? Das kommt dir jetzt ein Minigame. Aber es wird trotzdem ganz eng, weil du stellst ja Safe auf 6 eigentlich. Gesichtvergreifarm. Oh Gott. Oh nein. Nein, oder? Der Gesichterpuzzlescheiß. Super Mario, ordentlich sehr Erinnerungen. Nein. Oh Gott. Und das noch mit einem CPU, ne? Alter. Ach so, der Timer läuft ab. Oh Gott, nein. Ja, einer steuert halt nach links rechts, der andere nach unten oben. Oh mein Gott. Und dann, wenn der Timer abläuft, muss es perfekt passen. Ja, passt das oder nicht? Keine Ahnung, du. Was macht denn der Scheißvollidiot? Nein! Es hat gepasst. Ne, nicht wirklich. Vorher war es besser. Ey, wieso zur Hölle macht der das zu weit runter? Scheiße. Ich habe das auch verkackt. Mach noch ein Stück hoch. Komm. Ende. Oh mein Gott. Schau mal, was Cooper macht. Ja. Oh ja, ist geil. Oh Mann ey, Cooper, was hast du gemacht? Und wieso haben wir nur 3% mehr als ihr? Das sind ja wohl deutlich mehr als 3%. Ey, es ist einfach nur Betrug. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass dieses beschissene Spiel wieder Cancer ist. Unfassbar. So, aber jetzt, jetzt, jetzt den Münzen. Einsatz der Röhre. Ich komme ran, aber ich befürchte, dass du tatsächlich gewinnen wirst, weil du auf 6 Sterne stellen kannst. Wenn jemand was tut. Übrige 2 Runden. Wo sind denn diese ganzen Ultra-Pechfelder? Ich habe noch kein einziges gesehen. Hm. Lande doch da mal drauf. Nein, danke. Oh, jetzt, jetzt kann ich sagen. Mach halt nicht schon wieder so einen Scheiß. Das heißt, mit Mario Party. Nein, mein schönes Geld. Und wie? Was muss man drücken? Gedrückt halten, um aufzupusten. ETF. Hör auf. Hör auf. Ich habe immer noch den größeren. Ach, du dumme Kuh. Oh, wir haben ihn auch gleich. Das ist unfassbar. Ja, ist mir recht, ist mir recht. 21. Ach, aber du gehst über Leichen. Ich verlang... Es gibt so Schelle nach dem Part, ey. Hör auf, ey. Aber, ey, meiner war doch instant größer. Nein. Doch. Natürlich. Natürlich. Natürlich war meiner viel größer. Ach, du dummes... So, komm, wir müssen jetzt irgendwie zwei Stellen auf einmal absacken. Als ob. Duos. Vielleicht muss ich auf Bowser-Würfel gehen, ne? Ja, du hast doch eh einen Partner. Da sollen wir nichts überstürzen. Ach, mach was du willst. Mach den normalen. Wir müssen jetzt erstmal sicherstellen, dass wir auf jeden Fall den hier kriegen. Okay, eine 5 ist gut. Noch eine 2. Ah, schade. Okay, wo gehst du hin, Toadet? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Es ist kurz vor Spielende. Ja, vielleicht bekomme ich noch eine Goldröhre. Was? Vor allem, der war ja vor meiner Nase, waren nur drei Felder weg. Das Stern. Was? Das lass ich so nicht auf mir sitzen. Mann, ich hätte mich mir noch mehr trauen müssen. Und? Wohin? Okay, das ist vielleicht... Ich hab Goldpilz, vergiss es. Ah, das ist ganz, ganz schwer. Außerdem komme ich jetzt noch an dem Itemladen. Aber ich bin vor dir dran. Und ich habe zwei Partner. Aber ich bin vor dir dran. Und ich habe jetzt auch zwei. Eine habe ich nicht. Doch, das habe ich. Das ist jetzt sogar ein Partner. Die letzte Runde wird zu ultraspannend. Komm, ein guter Würfel. Wer hat einen guten Würfel von euch? Was hast du für einen Hammer, Bruder? Das sieht nicht so gut aus, glaube ich. Ich glaube, die von Bowser sind immer so ein bisschen risikobehaftet. Also von Bowser's Schergen und so. Oder? Mein Herr, lassen wir's gemeinsam krachen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt ist mal Cooper dran. Stimmt. Cooper macht bloß keinen Scheiß. Doch, er holt sich nicht. Cooper! Ne, ist mir vielleicht ganz recht so. Dieser Mauerf... Was? Oh, warte. Das reicht. Hat der Faschist? Nein. Na, doch! Doch, tatsächlich. Kann man jetzt verscheißen, bitte. Cooper, du kannst nichts, gar nichts. Ah, ich hab nur einen Tupelz. Ich befürchte, du wirst die goldene Röhre bekommen, weil ich glaube, es gibt immer einen etwas schlechteren Itemladen und einen heftigeren. weil ich hab bei dem anderen bisher noch nie die goldene Röhre gesehen. Nur bei den hier unten. Oh nein! Das ist voll verkackt. Ich komm's trotzdem noch auf eine Acht. Ja, das scheint echt so zu sein. Das ist doch lame! Ich muss... What the fuck? Ich muss unbedingt an den Stern rankommen in der nächsten Runde. Besonderes Eignis. Das wird echt spannend, du! Oh, wir sind in einem Team. Rache ist süß fast. Ich sag, es ist alles gesteuert. Die im D-Cube, die lachen sich jetzt gerade alle im Hauptquartier tot. Ja, das ist glaub ich selbst. Geht mir mit Kuchen bewerfen. Das glaub ich selbst. Das glaub ich selbst. Ein Kuchen halten. Aha. Das glaub ich selbst erklär'n. Am liebsten würde ich aber dir einen in die Fresse. Das ist scheppern, Alter. Hä? Oh, shit. Fuck! Wie ich fast kein Schwein treffe. Bist du traurig? Ja, ich muss alle verdichten. Oh, noch einen Punkt immer. 15. Ich weiß ja wie das aussieht. Erstmal duschen. Ich könnte es falsch denken. Yay, wir sind BFF. Oh, toll. Der Blick von Wasser soll zeigen. Ja, den hab ich auch gerade aktuell. Ich auch. Die letzte Runde entscheidet fast alles hier. Du darfst auf keinen Fall. Du hast die deutlich besseren Karten. Auch weil du mehr Geld hast. Minispiele auch. Minispiele war ich gut. Also. Ich kann fast nicht gewinnen. Es wird eh wahrscheinlich genug Betrug jetzt noch. Geht auf alles. Letzte Runde. Komm, lande auf Ultrapechfeld. Ich will wissen, was geschieht. Ja, wahrscheinlich. Komm, du Blöder. Hey, oder? Nee. Nee. Wie das einfach niemand zeigen will. Warte mal, was... Ja, okay. Ja, der kann nichts. Gar nichts. Der kann schon ein bisschen Scheiße bauen. Ach nein, oder? Ja, aber das ist nicht... Ja, das ist nicht gut. Ja, wobei, doch stimmt. Das ist sehr gut. Das ist nicht gut. Wenn du am Ende weniger Geld hast als ich, dann steigen meine Siegeschancen nochmal. Oh, danke, Shy Guy Bro. Ach, du bist so ein Idiot. Wir sind halt doch noch irgendwie miteinander verbunden. Oder können wir noch eine Explosion herbeiführen vielleicht? Das ist auch noch geil. So, jetzt muss ich aber irgendwie zum Stern kommen. Ich habe zwei Partner. Also eigentlich muss ich... Muss ich einen normalen Würfel nehmen und... Und dann eins und dann machen die Minus und dann ist... Mit einer drei habe ich es eigentlich. Safe. Ich könnte aber auch mit zwei... Komm schon. Komm schon. Die haben auch Minus, ne? Nein, haben sie nicht. Yes. Reicht. Okay, my boys. Cooper, du... Das war einfach nur ein Witz. Natürlich lande ich jetzt auf so einem Itemfeld, wo es mir nichts bringt. Wow, Bo, du hast es geschafft. Toll. Ha, 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 ha. Upsch. Oh, 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 oh. Ja, Cooper ist noch dran mit dem Würfeln. Vielleicht... Ach so, das reicht nicht, um dich in die Luft zu jagen. Es juckt nicht. Selbst wenn, wäre das immer noch ein Vorteil für mich. Also eine Explosion... Ja, okay. Okay, bin nicht mit einverstanden. Macht ruhig. Ah, ich will... Es ist so spannend. Ach, ich lande ja doch nicht auf Item. Ich habe mich verguckt. Cooper, Cooper, du musst die Bombe auslösen. Cooper! Die Bombe! Nein, auf keinen Fall. Komm schon. Mach der nicht, oder? Hast du keinen Partner? Vollidiot! Dabei hat er sogar noch... Hä, ist der eigentlich dumm wie Scheiße? Der hat einen Würfel, mit dem er bestimmen kann, auf welches Feld er landen will. Und er hat einen versteckten Block und nutzt nichts davon. Tja. Ja, eben nicht mal den Block. Der ist auf schwer eingestellt und nicht auf idiotisch. Was soll denn das? Generell haben die Computer verdammt viele Items. Warum sind die so dumm? Ach, Scheißdreck. Es wird die Entscheidung also bei den Bonus-Sternen geben. Stell dir vor, sie gehe ich jetzt nach links, weil ich habe immer noch hoch gewürfelt und ich käme noch mal hin zu gehen. Ja, 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 ja. Dann machen wir aber sofort aus. Ja, was, ist das möglich? Ja, aber es ist lächerlich. Es ist alles möglich. Was wird sie tun? Nein, das macht sie nicht. Damn. Das ist echt spannend, weil, ja. Komm, ich muss auf einem blauen Feld landen. Nein. Rot. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Rot oder Ultrapech? Wie wäre es denn damit? Scheiße, das Ultrapech-Feld ist ja auch da irgendwo. Jaaaaaaah! Nein! Ah, gut. Das wäre jetzt so geil gewesen. Nein. Du weißt ja auch nicht, ob das für alle Konsequenzen hat, also. Ja, bestimmt nicht. Ja. Toll. Also, das ist eigentlich voll schlecht für dich, ne? Ja. Jaaaa. Das Milchspiel ist damit... ... vorbei. Absurd. Na komm, wir auf Bestätigung. Ich bin... ... hat Absurd umgeführt. Dann... ... müssen wir auf Bonussterne hoffen. Aber... ... meine Karten sind so schlecht. Hahaha. Es... Ja, das... ... die letzten Bonussterne waren aber auch lächerlich. Also, wir müssen uns schon für eine Richtung entscheiden, so, ne? Habe eh schon gewonnen. Das ist schein' geil! Was machst du denn da? Du... Dummer! Oh Gott! Wir werden das nächste Mal auf jeden Fall mindestens einen von denen auf sehr schwer stellen. Ja, weil... ... die sind so dumm, also... Weil... Schwer sind die nicht wirklich, sie sind... ... dumm. Gibt noch ein bisschen Geld? Aber, ich habe schon gehört, die Bonussterne sind variabel. Also, es kann alles kommen. Die Runden sind beendet! Nun entscheiden wir von den D-Cube den Sieger. Dann wollen wir mal sehen, wer die Mine gewonnen hat. Naja, Koopa... ... so freut er sich. Er ist abgeschlagen. Also, dann gehen wir mal durch. Wer kann sich Bonussterne sichern, hm? Gibt einen für jeden Bonus! Ja, hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Der Münzen-Bonus! Das... Ich hab... Diesen Bonus erhält der Spieler, der die meisten Coins gesammelt hat. Also, an mich... Ne, ich glaube, die meinen damit... Also, insgesamt... Ja. Also, hab ich... ... sehr wahrscheinlich jetzt die Party gewonnen. Ja, aber meinen die jetzt damit den aktuellen Stand oder... ... den Höchststand, so wie es früher immer waren? Oh Gott, oh nein, ein eigenes Bonus. Den hab ich. Ja, das denke ich auch. Leider. Ja, aber dann verliere ich wegen... ... fünf Münzen. Oder was? Ja, es gibt ja noch einen. Nein, gibt's nicht. Echt? Echt ne? Okay, dann hab ich gewonnen. Ja komm, oder? Rier an! Eine Party hast du gewonnen, und die andere... Glückwunsch! Komm, du freust dich für mich. Dass man mal mit sieben Sternen verlieren kann, ist aber auch, glaube ich, bei mir. Komm, zeig mir die Details. Ja, es gab schon alles, also... Tja. Ach, hier meinen sie... Ja, okay, also meinen sie wirklich den Gesamtstand, insgesamt. Ja. Was, beim Minispiel wären wir sogar gleich vier Münzen? Tatsächlich. Ja, das hat's dann aber letztlich auch gerissen, da muss ich mich selbst kritisieren. Ich habe die ersten vier Minispiele komplett verschissen. Das sind halt vierzig Münzen für dich. Und wenn ich da besser gewesen wäre, dann hätte es auch hier gereicht. Bei einem Lauffeld hätte ich auch einen bekommen, wenn es das gibt, der die meiste Strecke zurückgelegt hat. Man weiß halt auch nie, was für Felder kommen, so. Dann ist es wohl so... Guck mal, schau mal an. Die Linie. Ja. Guck mal, die ganze Zeit unten. Es war wenigstens sehr spannend. Ich glaube, ich kann mal festhalten. Sieger. Mal sehen, was dann auf der dritten Map abgehen wird. Die kommt nämlich als nächstes. Man sieht sich. Ciao. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017